hallo wieder zu einem neuen video die marian war gestern schon dabei heute noch ein paar mehr ja wir machen uns heute auf zur steinplatte mal schauen wie weit wir kommen die heike hat heute nicht ganz so lange zeit deswegen kann es auseinanders wie vorher runterfahren ja wenn ihr auch mal parken wollt dann parkt lieber nicht auf dem parkplatz weil hier kostet es inzwischen 14 euro für ein tourengeher es gibt aber einen ausweichparkplatz der ist ein bisschen weiter hinter dem parkplatz da könnt ihr direkt an der straße parken oder rechts auf dem parkplatz da ist es dann für euch kostenlos ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß mit dem video ja Das war's. 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 Das war's.